Wie schön können Verpackungen sein? Überraschend schön, wenn wir sie entsprechend wertschätzen. Aus leeren Getränkebechern entstehen zum Beispiel Kinderbücher für unser Happy Meal. Schon gewusst? Um unseren Gästen das Thema Ressourcenwertschätzung näher zu bringen und einen Blick hinter unsere Kulissen zu gewähren, machten wir den Prozess mit einem temporären Recycling-Showroom erlebbar. Willkommen im Better M Restore. In unserem mobilen Showroom konnten unsere großen und kleinen Gäste nicht nur mehr über unser Nachhaltigkeitsengagement erfahren, sondern sogar live erleben, wie ein leerer Getränkebecher in vier einfachen Schritten recycelt wird. Bevor das geschieht, werden die Becher im Restaurant von unseren MitarbeiterInnen separat getrennt und dann von unserem Partner Havi abgeholt und zur Recyclingstation gebracht. Im Recyclingprozess werden die Becher zunächst geschreddert, dann mit Wasser und Seife gemixt und eingeweicht. Unter Highspeed werden die Papierfasern im nächsten Schritt von Kunststoff und Farbe befreit, bevor sie dann mit viel Druck und Wärme zu einem feinen Brei verarbeitet werden. Zum Schluss wird die Masse in Form gepresst und neues Papier entsteht. Im Anschluss wird das recycelte Papier zu einem neuen Kinderbuch verarbeitet. Finde ich super. Kann mir super vorstellen, wie das in echt aussieht, auch wenn es hier das kleine Modell ist. Ich habe mir auch schon meinen eigenen Becher recyceln lassen, und habe mir natürlich auch den ganzen Prozess angeguckt, die einzelnen Schritte. Und auch wenn es jetzt kleine Schritte erst sind, ist das einfach der Weg dann auch zum Erfolg und zu einem nachhaltigen Unternehmen. Beta M. Es braucht nicht viel. Es braucht viele.